servus leute und herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal wir sind in heidelberg fahrrad fahren heute mal treten also nicht shuttlen so wie es letztes mal mit manu ich bin heute mit nico hier zeig dir mal die trails der war noch nie hier in heidelberg heute ist ostermontag und wir checken hier mal den ersten trail aus und euch wünsche ich wie immer viel spaß und ich würde sagen let's go viel spaß ganz links ok hier jetzt links so erster trail endlich ist heidelberg mal trocken ich kenne heidelbergs anschnurder oder sledge mal sind wir hier im nassen gefahren das war ein richtiger krampf ja wir lassen es heute hier mal ein bisschen chillig angehen denn nico ist die trails noch nie gefahren oder war noch nie hier in heidelberg der kennt das terrain hier auch noch nicht so gut deshalb fahren wir hier erstmal ein bisschen chilliger und wegen corona sagen wir das ja sowieso von daher denke ich dass es hier ganz gut passt also alter So, jetzt kommt der Kachlitz, vielleicht nicht eine Stelle, aber da gibt es nur eine Kachlitz, jetzt halte ich kurz an wegen Nico, also hier ist ein Panzer, jetzt geht's. Vielen Dank. Das war's für heute. Ja, ich war ein bisschen zu langsam, aber geht. Ja, ich war ein bisschen zu langsam, aber ich war ein bisschen zu langsam, aber ich war ein bisschen zu langsam. Ich war ein bisschen zu langsam, aber ich war ein bisschen zu langsam. Ich war ein bisschen zu langsam, aber ich war ein bisschen zu langsam, aber ich war ein bisschen zu langsam. Es ist vielleicht ein bisschen dunkel hier, sorry, aber der Wald ist so dicht, weil wir hier gerade so eine schwierige Stelle gehabt haben und zwar geht es hier runter und da kann man von da oben runterfahren und die beste Line, um hier runter zu fahren, ist hier einfach die Straight Line runter, über den Stein einfach hier runterrollen und ich zeige euch das mal noch von oben. So sieht es von oben aus und man fährt hier einfach diese Straight Line runter. Das sieht auf der GoPro jetzt wahrscheinlich wieder überhaupt nicht steil aus, aber das ist ziemlich steil und danach geht es hier weiter, fährt man den Trail weiter und hier ist ein bisschen die Chicken Line, aber hier geht es weiter, wieder Straight Line und da kommt nochmal sowas ähnliches, das aber nicht mehr so technisch wie oben. Genau und wir fahren das jetzt nochmal zusammen, der Nico hat das gerade schon richtig geil gemacht, wir haben es uns ein paar mal angeschaut, ich habe ihm die Line gezeigt und der ist gerade echt ziemlich geil da runtergefahren und jetzt fahren wir nochmal von oben zusammen und ihr seht jetzt nochmal meine Perspektive, dem Nico seine habt ihr gerade gesehen und ich würde sagen, wir schieben mal hoch und fahren das von oben nochmal, aber das ist richtig sick hier, macht richtig Bock und ist hier richtig geil zum Technik trainieren. Bis gleich, dann fahren wir nochmal hier, dann fahren wir nochmal hier, dann fahren wir nochmal hier, ziemlich technisch, aber schon richtig geil, macht richtig Spaß hier, gibt es mit euch und ich zeige euch, bevor die Stelle kommt. So, jetzt kommt die Stelle, wo ich euch gerade gezeigt habe, da geht es runter und hier super, sehr geil. Da muss man eigentlich überall oben fahren. Okay, jetzt kommt der Drop rechts, geht klar, ne? So, ich fahre gleich weiter, okay? Boah, ich bin die Kurve noch nie so gut gefahren. Sorry, Abo-Props an mich selber. Das ist ganz witzig, aber da fahre ich jetzt nicht hoch, da gibt es keine Lust drauf. Komm mal hoch, das ist das Gegenteil. So, hier fahre ich immer die technische Stelle. Und zwar genau so. Die macht mir am meisten Bock. Hinterrad hochsetzen. Ah, jetzt bin ich nicht drin. So, jetzt bin ich drin. Ah, ich bin drin. Woohoo! Yeah! I love you.